Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, seit 250 Stunden spiele ich dieses Game. Natürlich nicht alles in einem Let's Play, also der vielen Let's Plays, aber ja, schon stolz, he. Also da mit ungefähr das viert meistgespielte Spiel von mir. Ja, ich bin jetzt wieder zurück in Native und, ähm, ja, ich spiele ja nebenbei noch Floys Mode jetzt wieder, weil so viel gemacht wurde. Ah, Request ist on. Gut, 565, okay. Okay, ähm, sieben Stück Vieh da drüben, das ist Kaputi. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass nicht angegriffen wird, aber haben wir noch Krieg? Denke ich schon. Ah, ja, jetzt sind sie zum Beispiel hier. Ja, ja. Okay, können wir die Quest gerade nicht machen. Scheiße, ich muss die jetzt irgendwie, ich muss da irgendwas machen. Wenn die unsere Stadt einnehmen, ist eben nicht mehr uns. Dann haben die für Luca. So viel, die übertreiben wir. Die übertreiben. Die wollen unbedingt für Luca zurück. Ah, das gibt's also auch, dass sie unbedingt wollen, wollen, wollen. Ständig nur wollen. Also ich bleib neben mir. Ist mir egal, also. Ja, nein, ich muss sie schon helfen. Tja, hm. Ja, ist da nervig, hey. Endlich mal einer, ist da mal. Wo sind die anderen? Alle noch am Kaffee trinken? Irgendwo in Prahmen war's doch, oder so. Rotok des Rats, Sand ist es zu tun halt. Hä? Ja, und jetzt? Wo sind die anderen? Das kann doch nicht sein, dass die nie da sind. Ja. Und jetzt? Die haben zu wenig, deshalb sind das so viele wahrscheinlich. Tja. So, auf jeden Fall werden wir die mal ein bisschen schnetzen, hä? Ich muss einfach mal wieder nachher immer zurück, sonst knacken die das immer vielleicht schon. Sorry, wegen dem Räuspern, aber ich hab gerade einen Hals, der zu ist. Eng ist. Hm. Ja, dann nehmen sie's ein. Ist mir egal, wenn die nicht kommen. Ach, sind das dumme Leute. Ja, der andere geht wieder weg, oder was? Ich kann auch keinen Dorf verhören, nix. Ich kann's vielleicht ausräumen. Wow. Ferentis nervt nicht, sonst gehst du, fliegst du raus. Ferentis hört. Hm. Ferentis ist, glaube ich, sowieso ein Krieger. Ja, ja. Also. Nerv nicht. So, bei dir muss ich natürlich Spurensuche. So, und... Mal Athletik. Nein, Blinden. Ja. Was nehme ich bei dir? Na, Kampf. Wie immer. Moin Tevas, was machst du für Scheiss? Das ist der König. Der König der Trottel. Ja, ja, ja. Okay, fängt ja prima an. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wehe, du greifst mein Dorf an. Vernichten. Scheiße. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas von Arsch. Oder wir töten alle. Wir können schon alle töten. Ja, schau mal, wie sie kommen, diese Feigling. Ich wollte doch ihn nur haben. Ist so schwer gewesen. Ja, die Bauer sterben halt ein bisschen mehr. Ja. Ja. Nur die Bauer nicht, den wir alles machen würden. Nicht irgendwo hinstehen. Wo ich nichts machen kann. Hau ab. Schau mal, wie... Wie übertrieben die sind. Die übertreiben einfach mit ihren... Ja, im Gegend rumstehen, nichts machen. Einfach nur... Nur stehen, nichts machen. So. Die Bauer sterben halt alle. Aber... Tja, ja. Wir sind sind ja Tote. Nein, noch nicht ganz. Ja, jetzt. Ich gehe die Bauer hinten durch. Die sterben natürlich, weil sie drin sind. Aber es ist immer so, hä? Das ist sogar entzögernd. Ja, ja. Da wird sowas von... aufgeräumt. Oh, je, 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 je. Halt ab. Immer die Reiten. Hier sind immer noch die Reiten. Ja, ein Husqvar stirbt. Ein Mameluke stirbt. Nur weil die immer wieder vorreiten. Da drüben, habt ihr sie gesehen. Aha. Dazu noch zwei. Kommt jetzt. Verstärkung ist bei uns noch eingetroffen. Sehr gut. Jetzt müssen dort hinten noch ein paar sein. Ja, Mameluke schon wieder. Einer der... Immer nur Mameluken. Hei, 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 hei. Oh, da wurde einer noch vom Pferd getroffen. Drei getötet. Also, Mameluken, Husqvar und... ...swas ist ein Ritter. Ah. Ah. Okay, wir töten den Köln. Ist mir egal. Das ist mir scheißegal. Das ist mir völlig egal. Wir töten alle. Wir sind so overpowered. Ich hätte es nicht mehr gedacht. Ja, ich hätte auch gedacht, alle 300 würden auf mich zukommen. War nicht so. Hahaha. Ja, die Bauern bringen sich wieder um. Die besiege ich jetzt alles so. Im Rückwärtsgehen. Ja, jetzt kommen natürlich die höheren, ärmeligen Truppen. Ne, grosse. Gut. Dann stirbst du hart. Wenn du so blöd nach rüben gehst. Ja, ja. Die Kai ist wie ein Stück Holz. Dass die das mit dem Spiel nie geendet haben, also nie geendet haben. So, dass es auch zum Spiel passt, wenn es ja ein grosses Spiel ist. Müssen die auch die KI machen. Aber haben das nie in den Entwicklern noch geendet oder so. Später noch. Ja, jetzt sterben auch hier alle. Weil alle wieder rausgehen in die Frage. Hey, ich treffe keinen einzigen, weil immer wieder die Männer da sind. Immer die eigenen Männer regen auf. Hahaha. Ja, toll. Weißt du, ich werde halt immer wieder getroffen. Und die Leute hier sind strunzdumm. Muss ich lieber hier hinten bleiben. Ah, Mameluken sterben alle aus. Gut. So hatte ich Ritter, werden alle... Wenn ihr so blöd seid. Hey, jetzt geht mal vorwärts. Nur wegen diesem kleinen Männchen müsst ihr doch nicht sterben. Sterben. Gut, aber eben die schweren Truppen, die sind jetzt tot. Und, äh, haben Pech gehabt. Die gehen auch immer auf mich, hä? Diese scheiss Truppen. Dort haben wir noch einen und dort haben wir noch einen. Wir haben noch Berittene. Wir haben noch ein paar Berittene. Oh, Headshot. Dankeschön, Asku, wieder der Rodox-Armbrust-Schütze. Ja, gut, wir haben die Teuren halt jetzt nicht mehr, aber wir brauchen sie jetzt auch nicht. Wir kämpfen ja auch nicht. Haha, Graf Sebular ist halt nun mal gefangen, meine Herr. Ja. Gut, der andere konnte fliehen. Ja, nehmen wir Waffenknechte. Nehmen wir ein Ritter. Nehmen wir... Scharfschützen. Tja. Und sonst braucht nichts. Perfekt. Perfekte Perfekt. So, ein Scharfschütze noch. Wir haben keinen, aber sonst auch nichts. Prima. Ähm, ich weiß nicht, wer die Sachen bekommen hat, aber ich irgendwie nicht. Also eben die schlechten Sachen. Hm. Gut. Das tue ich einfach mal. Ähm, ich brauche die Kopie nicht mehr. Ja, doch, ich brauche die Kopie. Kopie. Ähm, gegen König Rho-Dok Besiegt. So, wir haben gegen Rho-Dok, König, Ding und besiegt. Erb. Noch elf Tage. Und wir verlieren das Dorffeld eventuell. Naja, das ist aber am wenigsten wichtig. Chesser. Wo ist denn Chesser? Wo ist denn Chesser dort? Werden die vertrieben? Nein, nein. Die werden, die, die nur hin und her gehen oder so. Vielleicht tun sie ja die Ding. Oh, die Nords müssen natürlich wieder etwas verheeren. Oh ja. Haha. Ihr Feiglinge. So, meine Leute. Jetzt habt ihr einen schweren Kampf vor euch. Wir müssen gewinnen. Das sind drei volle Armeen. Nein, winzige Armeen. Ja, und sie kommen nicht. Es sind große Feiglinge. Da drüben sind sie. Sie kommen hier nicht hoch. Wir müssen nach vorne. Da sind sie. Die Schlappschwänze. Geht doch. Ah, ihr Idioten. Die sind alle hinter mir. Ich muss unbedingt. So wenig wie möglich. Ja, Krabbarnen machen. Kann sterben. Die schon kein Leben haben. Er ist gerade gestorben, oder? Ja, vom Aufbau sicher. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Kann. Ei, ei, ei. Scheiss. Einheiten. Kann ich auch nicht so gut auseinanderhalten, weil ich muss auf Symbol schauen. Ich habe nicht so gut auseinanderhalten. Ich habe mal das Kanag hergelegt. Ich liebe das. Wenn ein Beritterer kommt, einfach mal schlagen. Ich weiß, ob es zu seinem Verbündeten ist. Wenn man es halt nicht sieht. Da ist noch einer. Ja, schlagt ihn zu Tode. Da oben müsste noch einer sein. Und die Frau hier. In der Karawane ist die Frau. Nein, das war meine. Das ist meine Frau. Okay, die Frau ist sowieso die Helden vom Platz. Wenn die so cool hier drin kann. Ähm, schießt ihr meine Truppen ab, dass sie für sterben. Nein, Lagerverteidiger. Das sind die neuen Truppen. Ja, ja. Also ich muss mich schützen lassen. Ich habe wenig Lebensenergie. Also ich habe noch den Bogen. Spiel ich ein bisschen mit dem Bogen. Ja, spiele ich jetzt auch mit dem Bogen. Ja, ich habe ihn besiegt. Ah, da auch wieder mit Flusten, aber geringe Fluste. Da unten ist noch einer. Schiesst doch die ab. Gut, ich hätte ihn aber getroffen. Da, die fliehen, die winzelnden Hunden. Diese Feiglinge, die Feiglinge. Boah, Rodox-Berwerfer. Das Feuerabge... Knall... Abgeritten. Aufgeritten, sagt man, glaube ich. Hm. Soll ich... Überritten wollen? Ha, der sieht auch cool aus. Ja, ich sinnere ein bisschen. Ja, hab da irgendwas im Hals stecken, aber... Ja, die Sonne wird's schon richten. Gut. Nein, Bauersrau. Sie wurde doch verletzt. Sie getötet wurden. Schade Schritt zudem, natürlich. Aber Lagerverteidiger. Mist. Ja, meine Gnade, ist euch ausgeliefert. Wir schaffen die sich immer... Wir schaffen immer zu fliehen, das ist so unfair. Plündere. Rodox-Sergeant. Diese Pfeifen. Endlich mal wieder gute Sachen, hey. Ei, ei, ei. Ich will aber so einen... Ah, gut. Nein. Ich hab schon genug Handschuhe. Handschuhe sind richtig rar geworden, hey. Lager-Zivilistin. So. Chesser. Wieder Chesser. Verwaltet dieses Dorf. Ha, 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 ha. Ja, ich muss jetzt endlich das lösen. Die sollen jetzt dort weg. Ah, Stilt Vieh vielleicht. Ja, okay, eventuell werden wir doch verlieren, hey. Aber es ist so amüsant, gegen solche... ...noobs zu kämpfen. Ich werde mich dann eventuell nicht mehr um ein Dorf kümmern, wenn ich das verliere. Kommt. Warten wir auf die anderen. Das sind meine treuen Armbruchsschützen. Die sind mir so treu, dass die überhaupt nicht mich mehr verlassen oder verdingen. Also, die haben ja nie eine rodokische Einheit erfahren. So, jetzt geht der Fangriff zu. Getroffen, hey? Ja, zweimal getroffen. Schon cool, wenn man so gut ein Karten-Ding hat. Dann kann man schön Echo shooten. Trifft immer. Ja, ja. Oh, Headshot von hinten. Cool. Ist natürlich nicht so gut, wenn hier alle sterben. Und ich bin hier drin. Ja, toll. Weißt du? Die sind noch von hinten. Ja, ja. Hey, da schau, wie sieht sie verhägen aus. Wir haben verloren. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Ja, eben. Ich werde nochmal. Ding. Ich habe jetzt wirklich nur eigentlich gemacht, um euch zeigen, wie man die ärgert, aber ja, Pech. Das größte Problem ist einfach, wenn ich viel hier jetzt alles habe. Ich habe mir Moral, ich habe verärgerte Leute, ich habe das Dorf eventuell sogar verloren, dann, ja, kannst du nicht machen. Ich werde jetzt warten, bis wer Luca eingenommen wird, fertig. Aber den Leuten helfe ich wirklich nicht mehr. Wenn niemand kommt, ich immer alles alleine machen muss, wie ich jetzt eben gesehen, dann, ja, dann tut mir das leid. Und es war halt am Schluss doch ein bisschen noch zu viel. Ich wollte eigentlich, ja, aber der hat ja auch Hochlevelige, habt ihr gesehen, der hat nur ein paar Niedriglevelige gehabt. Der hat alles hoch, komplett hoch gehabt. Deshalb, ja. Kann ich, komm, wir gehen noch Zeit in Dauntorn, Vieh. Wird überfallen, jetzt, jetzt tu es nicht überfallen. Kann doch nicht sein. Wie betrieben. Jetzt wird das endlich, äh, einfach einen neuen Spielstand spielen und alles ist wieder anders. Oder was? Hey, hör auf! Starr mal, wieder mal. Hau ab. Jetzt, hau ab, du Scheisse, wird überfallen. So. Wie viel haben wir? Ja, vier. Ja, wieso, wieso bekomme ich nur vier? Hat er... Ach, das ist doch übertrieben. Das regt sowas von auf. Das Spiel ist von hinten bis vorne nicht ganz gut. Aber eben, leider, es hat so viele Ungereimheiten und so weiter. Wenn es doch zwölf Stabilis zu zwölf einsteigen, wieso bekomme ich dann nur sieben, äh, vier? Das ist doch übertrieben. Das ist scheiße. Dann hat sie es nicht gemacht. Ich will das jetzt einfach mal machen, im Glück, dass ich nach Joe Tracer gehen kann. Ja, ja, zischt ab. So, jetzt machen wir hier. Ah, die hat gar keine... Die hat jetzt gar keine Erfahrung. Die hat ja doch Erfahrung. Wir holen drei, vier noch von dort. Müssen es halt irgendwie richtig machen. Weil das, das schlechte ist auch, weil... Ah, die machen das schon jetzt so schnell. Weil, ähm, wir schlechte, sonst schlechte, ähm, Dinge haben. Ähm, Reputation zu den, ähm, Feinden. Mach ich das nicht. Hä? Da. Noch drei. Ah, ja, ja. Irgendwie verstehe ich manche Sache nicht. Was das Spiel eigentlich wollte. Wieso wollte das Spiel eigentlich verpackt sein? Wieso wollten die Entwickler so etwas Verpacktes reintun? Aber manchmal denke ich, die haben das extra eingefügt, dass man so wenig Einheiten bekommt. Obwohl man ja gut ist im Klauen, oder? Ja, ich bin nicht ganz so gut wegen der Fähigkeit, aber... Ja, ich habe ja schon relativ viel geklaut. Hm. Ah, ja, weil eventuell halt, äh, Floys Mod ungefähr genau gleich ist. Ja, es ist ja nur ein Mod, der alles ein bisschen besser macht. Muss ich wahrscheinlich eben das beenden hier, aber... Also, das andere regt auf. So. Dankeschön fürs Schauen. Bis zur nächsten Runde und dann hoffentlich... Will du gar nicht verlieren, aber so ist es klar, dass wir es verlieren. Ich will es einfach nicht mehr haben, das Dorf fertig. Es regt auf. Ich will es einfach nicht mehr sch statistisch. Vielen Dank.